Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal heißt Standard Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox. Und zwar ein Roblox-Taikoon, nämlich den Kaffee-Taikoon. Und wir müssen ja auch erstmal direkt alles kaufen, also ich habe absolut keine Ahnung, was man hier kaufen muss. Okay, also der will Kaffee haben. Das ist so ähnlich wie dieses eine Spiel, was ich vorher schon mal gespielt habe. Ich glaube, das ist sogar von den selben Machern. Ich glaube, könnte möglich sein. Aber egal. Claim, was? So. Eine Wand. So. Table. Warten Sie, ich muss kurz den Tisch hier sauber machen. So. So. Ach, willkommen sein, habe ich einfach nicht. Ich bin arm, ich kann nichts mehr kaufen. So. Bitte sehr. Wow, er will vier, Alter. Ach so, ich habe keinen Table mehr. Nein, bitte. So, vier. Kann ich hier echt keinen neuen Tisch kaufen, nö. Na gut, dann müssen wir jetzt hier sparen auf eine neue Wand. Ah, die sind sogar weg. Jetzt kannst du ja. Ja. So, jetzt kaufe ich hier kurz die Wand für zehn. Bats. So. Was muss ich denn jetzt kaufen? Wahrscheinlich das hier, ne. Willkommen sein. Sag. Junge, was wollen die? Bitte sehr. Bitte sehr. Ja, so. Ja, es ist kein Tisch mehr frei. Sorry. Ist das jetzt endlich fertig? Ja, ne. Danke. Was kann ich jetzt hier kaufen? Ah, hier. Eine weitere Wand. Wow. Wie cool. Ich will mal mehrere Tische jetzt kaufen, Alter. Und keine Wände. So, ich habe schon wieder keinen Platz mehr. So. Kommen wir hier auch einmal kurz die Wand, so. Okay. Zwölf und zehn. Also 22 brauchen wir jetzt. So. Gedulden Sie sich. Ich bin gleich wieder da. So. 22 Ditcher brauche ich jetzt. Die habe ich. So. Kaufe ich hier einmal das Window und hier, so. Okay. Was kann ich jetzt kaufen? Ah, da. Die weitere Wand. Anstatt mal neue Tische zu machen. Nö. Erst mal Wände kaufen. Warum denn nicht? Bitte sehr, so. Da, so. Ey, soll ich jetzt... Muss man wirklich am Anfang alle Wände kaufen, oder was? So, für 17 gibt es hier noch mal ein Fenster, okay. Gut. Muss ich auf 17 sparen. Aber sollte ich hinkriegen. Aber sollte ich hinkriegen. So, ich habe das sogar schon. So, dann kaufen wir hier mal kurz das Fenster. Zack. Und jetzt kann ich für 45 das nächste Dingens kaufen sogar schon. Okay. Warten Sie. Ich muss das hier kurz sauber machen. So. Jetzt können Sie... So. Okay, wie viel brauche ich? Brauche ich? Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie viel ich brauche. 5,40. Ah, die habe ich sogar. Zack. Nur für 25. Habe ich sogar. Zack. Bitte sehr. Oh, hier ist irgendwas zum Claimen. Claimen, Claimen. So. Okay, das ist geil. So. Endlich. Ein neuer Tisch. Mann, ich will hier die Pflanze. Nein, die Pflanze. Danke. Ernsthaft, mir fehlt ein einzigen. Egal. Oh, ich habe gar keine mehr. Ich glaube, das muss jetzt nicht gehen. Genau, das geht nicht mehr. So, 130. Wie schrubbe ich das denn jetzt hier weg? Ah, hier, Claiming. Also, es ist wirklich tatsächlich dasselbe Spiel, einfach nur als Kaffee. Das ist ganz geil. So. Zack. 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 Gut. Ach so, du wolltest dich ja auch mal hier hinsetzen langsam, ne? Bitte sehr. So. Auch. Jetzt muss ich hier jetzt mal den Table cleanen. So. Bitte sehr. Ja, kein, kein Table mehr. Doch, jetzt kann ich dich. So. Ne, ich will hier nichts kaufen. Noch ne Kaffeemaschine? Oha, zwei dann. Das wäre geil, wenn ich zwei dann hab. So. Nein, ich will hier nichts. Nein, ich will das nicht. So. Ah, ich kann schon wieder die jetzt hier hin platzieren oder was? So. Komm, ich brauche noch, ich brauche noch einen. Danke sehr. Habe schon wieder keine? So. So, jetzt habe ich zwei. Jetzt kann ich zweimal hier Kaffee machen. So. Wie teuer ist der nächste Tisch? 70 kostet der. So. Hab ihn jetzt. Gibt es auch hier eigentlich? Ah, ja, gibt es. Wie teuer ist denn hier ein Kassierer? Ne, hier. Ah, okay. Man kann nur einen Kassierer holen für 700 Dollar. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, ne? Fünf kann ich machen. Fünf, ne? Also, einen kann ich sogar noch. Das andere kostet wieder 50. Geil, dass das hier auch nachtblüht, ne? Das ist schon realistisch gemacht, hier das Spiel. Finde ich gut. Na, ich habe keinen mehr. Kann ich noch einen? Ja, einer kann wieder. So, jetzt geht es nicht mehr. Na doch. Hier, mach Sitz. Hier Stück, Alter. Hier, clean, clean. Ich muss jetzt hier mal kurz meinen Laden auch sauber machen, Alter. Sieht da hier schon wieder aus, ey. So, ich muss jetzt hier kurz, kurz einmal meinen Laden reinigen. Ich bin hier schon ein bisschen mit dem Schmutz hinterher, wie man hier sieht. So, komm jetzt. Wamanus. Wamanus. So, schnell reinigen hier alles. So. Gut, gut, gut. Hier einmal noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf kann ich jetzt hier wieder annehmen. Mann. Da mache ich direkt sauber und die ist wieder schmutzig. Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf. So. Zack. Okay, jetzt muss ich gleich mal gucken, was wir als nächstes kaufen. Weiß es tatsächlich gar nicht. Weiß auch gar nicht, wo ich... Ah, hier. Plant. So. Eine Lampe. So. 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 Jetzt haben wir hier sogar sechs Dinger. So. So. Okay. Okay. Eins. Drei. Drei. 4 5 und 6 so perfekt so irgendwas ist hier draußen noch so draußen auch alles an Dekoration so okay Leute, ich würde aber erstmal sagen das war's mit dem Video, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da, schaut natürlich außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst habt natürlich einen traumhafen Tag haut rein Leute euer Sandro, ciao, ciao